moin leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf dem kanal learning by watching und ja wie ihr bestimmt schon im heutigen titel gesehen habt geht es heute mal um das thema welle nolle malle das wird auf jeden fall mal in eurem lateinunterricht vorkommen und falls ihr genau an dem punkt gerade seid und euch dafür interessiert bleibt auch gerne bis zum ende dran dann starten rein ins heutige video zunächst einmal zur frage generell was natürlich wichtig ist warum ist jetzt welle nolle malle etwas besonderes oder warum lernt man das speziell noch mal weil es nicht ja eigentlich nur werden und zunächst einmal muss man sagen dass diese werden über keinen regelmäßigen werbstamm im präsens verfügen also wir kennen das ja beispielsweise bei laudare ist ein ganz normales verb und wir haben ein präsensstamm also lauda das ganze haben wir hier aber in dem fall bei welle nolle malle nicht also diesen werbstamm gibt es nicht somit kann man es auch schlecht bilden und genau das macht es eben besonders die einzige wirkliche besonderheit die man eben hat ist die bildung ansonsten ist da nicht viel besonderes bei beispielsweise wechselt man von der ersten zur zweiten person im singular und der stamm ändert sich von wo zu viel also man merkt schon da ist kein wirklicher werbstamm auf dem man sich verlassen kann somit muss man das ganze wirklich auswendig lernen wichtig aber jetzt hier auch noch mal zum relativieren diese unregelmäßigkeit die man eben in diesem werbstamm hat betrifft hauptsächlich die formel präsenz also wir werden uns gleich auch noch mal alle diese wörter im präsens angucken aber das ganze eben nur im präsens da der rest wiederum relativ nach plan eigentlich verläuft beziehungsweise regelmäßig ist nur hier eben diese unregelmäßigkeiten im präsens sind schon ziemlich extrem hier auch noch mal der zusammenhang zwischen den verben also warum sind es gerade welle nolle malle und warum hören die sich fast ähnlich an das liegt ganz einfach daran dass die ausgangsform welle ist also welle heißt wollen im prinzip übersetzt nolle kommt von non welle also non welle im prinzip zusammengefasst ist nolle nicht wollen und da gibt es noch mal und das ist magis welle also magis heißt sowas wie er und welle ist wieder wollen also er wollen somit haben wir die ausgangsform welle und das hilft uns wiederum auch wenn man einmal welle konjugieren kann dann kann man relativ einfach auch nolle und mal konjugieren weil sich dort ja dann eben auch der stamm wiederum gleich verändert und man das ganze eben dann übernehmen kann gucken uns das einfach noch mal an wir werden nicht auf übersetzungen eingehen beziehungsweise beispiele in sätzen weil das macht im prinzip keinen sinn das ist dann einfach nur eine übung wie übersetze ich denn es ist ein ganz normales verb es bleibt genauso das einzige was sich eben verändert ist die art wie es konjugiere und falls ihr da noch nicht sicher seid mit dem übersetzen habe ich einzelne videos zu gemacht aber heute geht es wie gesagt nur um welle nolle malle und eben das konjugieren hier sehen wir schon welle und haben wir als erstes in der ersten personen präsens volo als übersetzung ich will hier ganz normal ich will du willst er sie es will wir wollen ihr wollt sie wollen in der ersten person volo in der zweiten person wies wir sehen hier nur am ende okay gut die personalendung ost musste ist ente das einzig regelmäßige hier und dann ändert sich eben der stamm davor einmal wohl wie wult volo wohl wohl also man sieht schon eine deutliche veränderung des verbstammes wir haben hier aber auch endungen die sich doppeln zum beispiel wohl haben wir einmal in der dritten person singular und in der zweiten person plural genauso haben wir in der ersten person plural und der dritten person plural volo und dann eben die besonderheiten der ersten person singular und der zweiten person singular wohl und wie das ganze muss man eben einmal auswendig lernen dort führt kein weg dran vorbei und dann kommen wir auch schon zu nolle hier sehen wir auch schon nolo ist wieder der gleiche stamm nur ein eben ein n vor statt ein v und da auch wieder die personalendung ost musste ist ente und auch die übersetzung wieder mit nicht wollen und dann sehen wir schon zweite person dritte person singular und zweite person plural haben wir jeweils im prinzip die welle form nur mit non vor und der rest muss wiederum eigens geguckt werden jedoch da haben wir auch wieder ist es statt ein v ist dort ein n und schon haben wir nolle konjugiert also nolo non vis non vult nolumus non vultis nolund und dann kommen wir noch zu malle hier sehen wir das ähnlich malo mavis mavult malumus mavultis malund da haben wir auch häufig ma im prinzip vor dem welle also auch wieder eine zusammensetzung aus magis und welle wird zum beispiel jetzt in der dritten person singular mavult wult ist die eigentliche form ma davor ist er wollen also hier müsst ihr wirklich welle mal auswendig lernen und dann einfach nur noch die abänderungen zwischen male und dann noch nolle auswendig lernen und dann sollte das eigentlich auch gar kein problem sein wie gesagt das übersetzen ergibt sich eigentlich ist es ganz normales übersetzen eben nur mit diesen verben jedoch die bildung ist eben das schwierige und da müsst ihr eben auch den fokus drauf legen wenn ihr euch damit beschäftigt mit diesem thema falls ich mit diesem video helfen konnte würde ich mich selber ein abo und über ein like freuen ansonsten guckt da gerne noch in der video beschreibung vorbei und dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin haut da rein und ciao